herzlich willkommen zu einem video von stöder ich weiß es lange nicht mehr gekommen wir haben auch nicht so oft zeit ich wollte eigentlich jetzt nur so ist der geschenk für blog sieht ja zeigen dass hier ist einmal die schrift der name und das kennen so ich habe jetzt mit absicht den skin von blog sie genommen damit zum vergleichen ich finde die augen sind bisschen weiter am mundschutz tschuldigung dass ich nicht so gut reden kann ich bin ein bisschen heiser ja das war es eigentlich ich wünsche euch noch schönen sonntagabend und schöne ostern und osterferien schaue leute von heute